Yo, hallo, servus und herr, dazu Kill der Woche. Heute haben wir einen sehr, sehr geilen Knobloch Drohnenkill. Und zwar habe ich das sehr stark auf dem Teleporter abgesehen. Wartet da hinter diesem Haus ganz unten, bis sich der Kornschlag aufgeladen hat. Flieg dann aus, schießt viel Gas auf dem Teleporter, sind ein arschviel Ingenieure und alles das da und pötzt den Kornschlag runter und macht einen Double Kill und Teleporter zerstört und Zamba zerstört. Und auf jeden Fall müsst ihr mal unten schauen, links, auf die ganzen Punkte, die ich da bekommen habe. Dann da noch diesen All-Star da gekillt, das war halt dann ein dritter Kill, mehr oder leider noch nicht mehr gerissen. Aber ich finde das extremst heftig, was ich da alles zerstört und gekillt habe, das ist einseitig ein Kill der Woche in meiner Augen. Ja, das war's, ab zu Endcut. Ja, wenn euch der Kill gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein nettes Kommentar sehr, sehr freuen. Sonst seht ihr links auch mal an den letzten Kill der Woche. Rechts daneben meine neue Serie, meine Lieblings Erbsenkanone, Schnapper, Sonnenblumen und so weiter. Und da seht ihr jetzt meine Lieblings Erbsenkanone, ist übrigens der Erbsenagent nur zu Ihnen vor. Links unten findet ihr bei mir die Kommentare, mein Hauptkanal, da findet ihr Call of Duty Commentaries. Rechts daneben Panda Clash für Clash of Clans Videos. Und noch weiter rechts daneben den Abonnieren-Button, das drückt ihr am besten, wenn ihr ganz ganz nette Leute seid. So und so gut, tschüss, bis zum nächsten Mal und tschau! 2 3 4 4 5 10 4 8 5 6 10 8 22 11 20